Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Bringen Sie mir Fägerei! Fägerei! You may have seen a few people test Flex Seal on a bucket, but you've never seen anything like mine. HALTER! That's a lot of damage. Now that's a lot of damage! A few moments later. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verwänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ich melde, der Führer ist tot. Nein, 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 nein!